Jetzt ist es offiziell. Call of Duty hat den Reveal von Modern Warfare 2 für den 8. Juni angekündigt, um 19 Uhr deutscher Zeit. Ich denke, da wird es einfach einen Trailer geben auf dem YouTube-Kanal von Call of Duty und wahrscheinlich einen Blog-Post mit weiteren Informationen. Und es wurde auch nochmal ein weiterer Trailer veröffentlicht. Den seht ihr gerade im Hintergrund. Der ist ziemlich cool gemacht, aber das sind wieder Schauspieler, wie bei diesen ersten Artworks, die wir bekommen haben durch dieses Drohnen-Video. Das heißt, auch an der Stelle gibt es wieder keine offiziellen In-Game-Bilder. Da hebt man sich anscheinend wirklich alles auf, bis der Trailer dann wirklich rauskommt. Der Spruch für MW2 ist dieses Jahr, die beste Waffe ist Team. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Und in einem Blog-Post hat Activision noch so ein bisschen mehr über MW2 gesprochen. Ganz grob, also da gibt es jetzt keine Details. Und es wird natürlich sehr positiv gesprochen über MW2, wie das eigentlich immer der Fall ist bei Call of Duty. Diesmal aber ungewöhnlich positiv. Also Activision scheint wirklich krass überzeugt zu sein. Ganz am Anfang gibt es einen kleinen Text vom Kommunikations-Director. Und der meint, Modern Warfare 2 ist ein unglaublich ehrgeiziges Spiel in Bezug auf das, was wir unseren Fans liefern wollen. Die Tatsache, dass wir das Game in einer Hybrid-Umgebung während der Pandemie entwickeln konnten, spricht für das Talent, das wir im Studio haben. Und dann wird nochmal eine Schippe mit draufgelegt. In diesem kleinen Text wird zum Beispiel Joe Emsley zitiert, der Studio Art Director. Und hier schreibt Activision im Blog-Post, Modern Warfare 2 ist eines der ehrgeizigsten, schönsten und bombastischsten Spiele, die Infinity War D erschaffen hat. Joe's Meinung nach ist das Spiel das Magnum Opus des Studios. Und es ist eine Art von Spiel, auf das ich während meiner gesamten Karriere gewartet habe. Also wirklich positiv, was hier gesagt wird und eben ein bisschen krasser als das, was wir in den letzten Jahren hatten. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Ich glaube, wir können dann außerdem davon ausgehen, dass während dem Reveal ein Trailer gezeigt wird für die Kampagne. Ich denke, der Multiplayer wird jetzt noch nicht so wirklich zur Sprache kommen. Vielleicht mit einem ganz kleinen Teaser innerhalb vom Trailer. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall hauptsächlich um die Kampagne. So wurde das ja immer gemacht in den letzten Jahren. Und ich denke, für den Multiplayer gibt es dann wahrscheinlich im August irgendwas. Also ein Multiplayer-Reveal, wo dann nochmal ein Trailer gezeigt wird und wo nochmal so ein bisschen mehr über den Multiplayer gesprochen wird. Aber Activision teilt sich das natürlich immer ganz gerne auf. Und was wir auch wissen ist, dass Activision beim Summer Game Fest mit dabei ist am 8. Juni. Und es kann gut sein, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Gameplay gezeigt wird. Vielleicht ein paar Minuten ungeschnittenes Kampagnen-Gameplay. Ich bilde mir ein, dass auch Vanguard-Gameplay auf irgendeinem Event gezeigt wurde. Das könnte auch das Summer Game Fest gewesen sein. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas wiederholt wird. Und dass es eben jetzt am 8. Juni um 19 Uhr den Trailer gibt zu MB2 und dann ein bisschen später, ein paar Stunden später oder am nächsten Tag während diesem Gamefest nochmal ein bisschen mehr Gameplay. Und vielleicht gibt es einen schönen Blogpost oder einen Stream mit weiteren Informationen. Was wir dann auch bestätigt wissen seit heute, ist, dass MB2 zu Steam kommt. Activision hat ja irgendwann alle Call of Duty's von Steam runtergezogen. Das ist eine Gaming-Plattform und man konnte Call of Duty dann nur noch auf Battle.net spielen. Ich glaube, das ist mit MB gemacht worden und mit MB2 geht man jetzt wieder zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das gemacht wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Spieler so krass eingebrochen sind am PC. Ich persönlich muss auch sagen, mir ist es relativ egal, welche Plattform ich starten muss, um das Game zu starten. Also ob ich jetzt Steam starte und dann das Game oder Battle.net und dann das Game, ist für mich persönlich vollkommen egal. Und durch Warzone spielen wahrscheinlich sogar extrem viele Leute aktuell Call of Duty über Battle.net, weil ganz viele Controller-Spieler sind ja auch auf dem PC gewechselt. Und dass MB2 auch auf Steam verfügbar ist, wissen wir durch einen Tweet von Steam. Den seht ihr gerade im Hintergrund. Die haben diese Augen gepostet und dazu den Call of Duty-Tweet geretweetet. Ich bin mal gespannt, ob die aktuellen Battle.net Call of Duty-Teile auch noch auf Steam verfügbar sein werden. Irgendwann in der Zukunft. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass man die ganze Call of Duty-Bibliothek wieder mit rüber nimmt. Also dann wahrscheinlich verfügbar unter Steam und unter Battle.net. Also ich glaube nicht, dass dann alle Call of Duties wieder nur auf Steam verfügbar sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum neuen kleinen Trailer sagt. Freut ihr euch auf den Reveal von MB2? Ich persönlich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und ich hoffe, das Game wird wirklich so gut, wie hier behauptet wird im Call of Duty-Blogpost. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.